moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge outlast 2 für die nintendo switch so wir befinden uns immer noch ok uncool die tür zu machen und auch verriegeln ist ja nicht so geil wie ein pfeil ins gesicht bekommen hier ist noch eine batterie, die nehmen wir auch mit da raus wo sollen wir hin? die frage wo sollen wir hin? die hier hat hier ist nicht nicht die sind Wir haben uns gesehen. Aber hier durch die Falle laufen. Tut du was? Nein. Ei, ei, ei. Unwidrigter Typ, ne? Da sind ganz viele Fallen. Laufen darf man hier definitiv nicht. Oh. Alter, Spieler. Diese widerlichen Türen. Da kommen. Gute, dass wir viele Verbände gefunden haben. Oh, jetzt schnell hier rüber. Oh, oh. Wir müssen weg von diesen Türen auf jeden Fall. Aber die Zielen können die ja nicht anscheinend. Doch, können sie. Oh. Oh, es geht auch um mich. Oh! Ich bin aber echt ganz viel schlecht entziehen, wenn man sieht, dass die alle tot sind. Oh nein, ich schalte sie aber, wenn ich laufe. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wir haben dich. Es ist okay. Wir haben dich. Die Gospen ist nicht fertig. Wir wollen unsere Resurrection. Wir werden die Gospen complete. Wir werden die Gospen getrennt. Ja, wir werden ihn für die Weih-Sorren. Wir werden die Gospen getrennt. Oh, wir werden die Gospen getrennt. Nein, bitte nicht. Nein, nein, nein. Oh, du bist verrückt. Oh Gott. Oh. Oh. Die Kamera wird nicht mehr, ne? Ich glaube, die Kamera noch. Okay, jetzt sehe ich ein bisschen was. Das wäre doch mal ein Titel für... Um hier... Ach, das war jetzt nicht so schwer. War doch ein Titel für VR, oder nicht? Schönen Virtuality-Helm auf und fixe klaustrophobische Zustände hier. ... ... ... ... ... Oh nein, das ist die Frage. Okay, das ist mein Grab. In einem Kreis gelaufen. Okay, da bin ich ja gerade eben durchgerutscht und reingefallen. Behaupte ich mal. Hab ich da noch ein Stückchen Fleisch von mir? Vielleicht nicht. Ja, aber da können wir ja nicht durch. Mal schauen, die gehen irgendwie. Na, sieht schon besser aus. Genial. Ja. Ja. Oh. Oh, schon durchgerutscht. Hier. 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 Hier ist was mit dem Evangelium. Ewisch krank. Alter Schwede ist das krank das Spiel. So. Wahrscheinlich gibt es solche Leute auch. Oh, da geht es nicht mehr so gut. Oh, die haben den Zoo abbekommen. Oh, eins. Oh, die haben den Zoo abbekommen. Oh, eins. Oh. Ich bin ja nicht mehr so viel. Ach, bin ich hier drin? Ich glaube nicht, ich bin hier drin. Wo ist es denn? Oh, ich bin zu ihm nicht da drin? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da kann ich dann ins Wasser springen? Ich könnte versuch ins Fenster reinzuspringen und was testen. Schauen wir mal. Ich sag mal, das klappte nicht so, wie ich das wollte. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass es doch irgendwie geht. Aber nein. Mein. Das ist es. Wie in der Hölle bin ich da drin? Alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt, um damit in den Himmel zu klettern. Haha. Was am Psycho? Wenn der Fettsack-Esegel euch kein Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Achso, das ist der Typ, der sich gerade erhängt hat wahrscheinlich. Komm. Scheiße. Ich kann nicht... Eine Rüte. Ich brauche nur eine Rüte. Ja, und wie kriege ich jetzt ein Seil von hier? Achso, kann ich rausgehen? Okay. Gott sei Dank, gibt es hier keine Tür. Ah, okay. Da geht aber jemand. Den gesehen. Der Crossway. Bitte mich? Ja. Der Crossway. Ah, das ist ein Schiff. Ah, das ist ein Schiff. Wie kommt man da hoch zu ihm, um das Seil zu bekommen? Das Seil braucht er wirklich nicht mehr, das guck mal was jetzt. Wollt er wahrscheinlich jetzt runtergefallen sein. Da ist ein Typ, muss man kurz aufpassen, dass er sich sieht. Geht er jetzt hin? Thanks. Wo geht's aber jetzt wieder hin, das weiß ich gar nicht mehr. . . . . Das macht alles umarisch, lieber. Oho, die hauen die Tür auf. Oh nein. Ich noch runter, ich noch runter, ich noch runter. Scheiße. Warum passt die Medina da noch so ne Kacke? Ich bin aber fast wie Bruce Willis. Ich überlebe irgendwie alles, kann das sein? Ich bin schon wieder in der Schule gelandet. Scheiße. Hä? Ich bin schon wieder in der Schule gelandet. Jetzt haben wir einen scheiß Eingang. Ah ok. Meine Sache war schon näher. Na ja, warum nicht? Gleich im Basement hier. Hier ist ein bisschen Blut. Das wagt mir gar keiner. Das macht nur wagens. Und hier hoch. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, ich bin da runter. Mein Gott. Was sieht denn da wehra hier alles. Was ist das denn? los auch wieder ein bisschen mehr herren was gelaufen die das hat sie was ähnliches so das auch so bleibt ja noch das türchen da nächste türi war nicht hier hier ja e aber so eine möglichkeit geben wir uns zu kommen Wo bin ich denn? Da liegt was auf dem Tisch. Du musst erst mal lesen. Du bist nicht allein hier. Okay, ich bin nicht allein. Was ist denn? Nehmen wir doch mal auf Video auf, als Beweis. Ah, wer ist denn? Ich bin hier! Jess! Hey! Quick! Ich sehe gar nichts hier. Jessica! Kannst du mich hören? Hm? Oh Gott, Gott, Gott. Ja, ich muss da hingehen. Aber wohin? Aber total dummselig. Gar nicht. So, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher mit dem Boden. Da sehe ich irgendwie nichts. So are they so kind and dear, but they are still. The day, the day is done. Oh God, the sun, the dumb, the little one, the light of light, keep me this light, and turn around, the present's bright. I need not fear. This way, Blake. Jess, are you there? Look, 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 look. Feichert. Achso. Jetzt kann ich wieder richtig viel sehen. Super. Spannend, spannend. Geht's nächstes mal weiter. Bis dahin. Tschüss.